hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble. ich spiele heute world of tanks und ja ich habe meine festplatte gecrackt und jetzt muss ich wieder alles runterschmeißen wieder alles installieren ja ich weiß nicht ob die aufnahme so gut ist das würde ich jetzt erst morgen sehen beziehungsweise übermorgen aber ich mache jetzt das video für morgen ist es gerade noch freitag nein es ist samstag seit zwei minuten es ist wochenende gut wir spielen world of tanks ich starte hier vorne mit rechts hier vorne mit rechts mit dem polen von rechts nach links ich mache mal vier spiele und probiere die stelle weg zu kriegen also schauen wie weit ich komme viel spaß ok der zeiger ist auch noch doof muss ich auch noch erinnern war einem tag nur dran gesessen wieder alles zu installieren da kam ein update bei bluestack dann kam ein fehler dann stand da ich soll warten dann habe ich den computer aber ausgemacht und dann gehen nicht mehr an also computer ging doch an aber windows ging nicht mehr an ging bis zum gladebildschirm und dann stand da immer systemfehler ja wir haben sie voll erwischt Jawoll! Gewischt! Kritisch? Das war nur die Kette gewesen. Ach, da auf den Kopf, auf den Turm kann ich zielen, auf den Kopf. Jawoll! Genau, bleib so. Nein! Dreh dich hier um! Okay, noch einmal, dann ist er down. Jawoll! Haben wir schon. Oh, ich war ein bisschen weiter vor. Wir haben sie blöd erwischt! Ah! Ein Leopard! Nein! Nein! Volltreffer! Sie haben uns eine Kette abgeschossen! Wir sind der Weg nicht! Los hier! Ja! Aber, das könnte man noch schaffen! Jetzt wird schon mal rüber zu den anderen! Ja, sicher! Schaffen wir! Guck mal, der hat noch volle Energie! Schwerer Panzer gegen einen mittleren, ein Jäger, ein mittlerer, dann schwerer Panzer gegen einen mittleren mit halber Energie! Okay, noch ein Schuss, dann ist er tot! Der T34! Er war aber nicht der Japaner! Der Japaner hieß, glaube ich, T34! Blum, blum, blum! Ja, gleich ist er down! Und? Ah! Weg ist er! Weg ist er! Da ist er! Jetzt aber! Und? Jawohl! Nice! Gewonnen! Nur wegen mir! Nicht! Aber schauen wir mal, welchen Platz ich da habe! Ah! Ich muss ja alles downloaden! Also, dann bis gleich! Nächste Runde! Wird ja immer noch ein Stern da! Ach ne! Nächste Runde wieder in Polen! Dann, bis gleich! Okay! Und die zweite Runde mit dem Polnischen Panzer! Allerdings jetzt nur mal zwei Sterne! Nicht mehr mal fünf! Puh! Gleich mal ein bisschen in das Stadtrennen fahren! Ein bisschen einkaufen gehen! und dann, bis gleich mal fünf! Einen! Unruhe! 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 Vielen Dank. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette wurde getroffen. Okay. Getroffen. Und da ist. Hm. Ne, noch zwei davon. Einer will nicht reichen. Ach Mist. Hat er mich erwischt. Nur weil ich gegen Stein gefahren bin. Na gut. Der ist guter Panzer. Der macht Spaß. Den habe ich auch. Und das ist eigentlich gleich schon. Da. Der auch. Der. Ah, du bist gleich kaputt. Kaputt. Plastorid. Neo. So. Achtung. Er ist ein Haus. Du fährst wohl gern übergehen. Ja. Und jetzt bist du kaputt. So. Na gut. Ist jetzt die Tabelle da oder immer noch nicht? Schauen wir mal. Ich glaube die ist doch nicht da. Ist wahrscheinlich noch im Dark. schon mal. Oh. Oh. Die drei haben mehr gemacht. Und die vier haben mehr gemacht. Und die vier haben mehr gemacht. Also war ich da acht. Auf Platz acht. Dann bis gleich. Und wieder der polnische Panzer. Ist der Sound eigentlich gut oder zu laut? Okay. Ja. Könnte glaube ich ein bisschen lauter sein. Der Sound vom Panzer. Schau mal vorne wenn du fährst. Wir haben sie voll erwischt. Ah. Der hat mich getroffen. Ein bisschen weiter zurück. Ah. Schon wieder so schnell raus. Ich glaube ich bleib heute nur bei dem polnischen. Ja. Ich denke mal das werden wir wieder verlieren. Und dann kommt die nächste Runde wieder beim polnischen. So. Jetzt kann ich einmal kurz ein Echo einstellen. Jetzt ist ja eine Aufnahme hier. Oh. Jetzt sind wir ja gar nichts mehr. Okay. Ich glaube das ist besser so. Der Sound ist genauso laut wie jetzt ob ich rede. Ja. Wäre aber auch ein bisschen doof dann. Na ja. Schau mal welchen Platz ich habe. Bestimmt der letzte war vorletzte. Und dann müssen wir ja noch mal kurz an. Die Zeiger gleich noch ändern. Kommt auch noch. Und damit die neuen Schnittprogramme zurechtkommen. Müschen wir mal gucken. Ich werde müde. 9 Uhr entspann sich. Muss um 6 Uhr wieder aufstehen. Das ist gut. Oh, 300. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Also durch der 10 Beste. Oder der 4 Schlechteste. 5 Schlechteste. Gut, dann weiter. Nächste Runde nochmal mit dem Polen Speiser. Aber dann werden wir auch gewinnen. Okay, ich habe jetzt wieder ein bisschen was an den Sound geändert. Ich hoffe man hört. Ich müsste ein bisschen leiser sein. Naja. Dann schauen wir mal. Wie es wird. Die Runde hier. Ich muss ja jetzt gewinnen. Das ist die vierte Runde. Jetzt? Zweite verloren? Dritte verloren? Ja. Vierte Runde. Ich wollte was zerstören. Oh. Da ist ein Panzer. Kaputt. Wir haben sie getroffen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wenn sie nicht mal alles gut sind. Wir haben sie zurück. Ich bin ein bisschen aufgelegen. Wie gesagt. Det. Es ist ganz wichtig. Und das wird eine noch nicht geschlagen. Wir haben die schnell zu gehen. Ohne eine. Wir haben die für einen Beste. Wir haben sie mit ihm. Ab einigen für den Beste. Der blödsinn ist. So, die letzten drei Panzer, das sieht nach einem Sieg aus. Sieg hier. Ich habe das Feuer, um die Brüche. Er ist abgeprallt! Wir sind richtig aus hier! Vielleicht doch kein Sieg? Doch, müssen wir es schaffen. Da spielt ja nicht jeder so unfähig. Noch einer da. Siehste? Das geht! Das geht doch klar! Da! Zubi! Ah, der ist vielleicht kaputt. Aber kein Problem. Da kommt ein anderer. Zack! Das geht doch nicht! Jawoll! Oh! Neue Medaille! Cheese! Und auch freigeschein! Schau mal! Vierter aus mein Team! Das passt! Fünf! Sechste ins Gesamt! Na gut! Okay! Dann würde ich mal sagen, war es das mit dem Video! Ich sage Dankeschön für's Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid! Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß! Auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Und ein schönes Wochenende! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Sapk현 in des Amin! Untertitelung des ZDF, 2020